Um so viele einzigartige Materialien zu erstellen, bedarf es viel Anstrengung, Mittel und Menschen, die der Wahrheit zugewandt sind. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, das große Wissen, das Engel und Heilige Geister an die ganze Menschheit weitergeben wollen, weltweit zu verbreiten. Daher verwenden wir alle Mittel aus unseren Seminaren für die Herstellung dieser unschätzbaren Materialien, Bücher, Filme und Zeichentrickfilme, die völlig kostenlos auf unseren Ressourcen frei zugänglich sind. All dies erfordert enorme Ausgaben und Anstrengungen. Und wir benötigen Deine Hilfe, helle Seele, denn so viele Menschen in der Welt benötigen Unterstützung und Schutz. Nicht nur materiell, sondern auch spirituell. Wir rekrutieren ständig Freiwillige für Aktionen der Güte und Liebe, die wir weltweit durchführen. Hilfe für Opfer von Naturkatastrophen und Kriegen, Unterstützung für Opfer häuslicher Gewalt und Schutz benachteiligter Kinder, Tiere und verlassener älterer Menschen. Hunderttausende von Dollar leiten wir jeden Monat für wohltätige Zwecke um und laden Dich ein, Dich uns anzuschließen und Dich ehrenamtlich für Liebe und das Glück für alle Leidenden einzusetzen. Wenn Du in Deinem Herzen eine Reaktion spürst und bereit bist zu helfen, diese Welt glücklicher und heller zu machen, dann schließe Dich uns im weltweiten Gebet für die Welt an. Ich bin begeistert von den Methoden, mit denen Ihr helft. Schon nach zwei Tagen Arbeit mit Euch rief mich meine Mutter an und sagte, dass Papa respektvoller und freundlicher zu ihr geworden ist. Ich bin begeistert von den Methoden, mit denen Ihr helft. Ich bin begeistert von den Methoden, mit denen ihr helft.